Das heutige Horoskop Jungfrau, 7. Oktober 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Nachdem Sie eine ganze Weile an Merkurs Energie festgehalten haben, singen Sie jetzt eine ganz neue Melodie. Mentaler Merkur, unser kosmischer Bote, bahnt sich seinen Weg durch das Zeichen der Waage. Dadurch wird sichergestellt, dass sich unser Geist, unsere Gedanken und unsere Gespräche auf alles konzentrieren, was dieses Sternzeichen regiert. Insgesamt lenkt dies unsere gemeinsame Aufmerksamkeit auf Partnerschaften und Beziehungen und darauf, wie wir uns mit anderen Menschen engagieren und uns mit ihnen vereinen, denn die Waage regiert diese Bereiche unseres Lebens. Bereiten Sie sich darauf vor, dass diese Themen sichtbar werden. Was möchten Sie fördern? Möglicherweise haben Sie das Gefühl, dass es an der Zeit ist, Ihre Networking-Möglichkeiten, aktuellen Kontakte und beruflichen Ambitionen zu fördern, wenn der Mond in den Krebs eintritt. Die Verrücktheit wird Sie dazu motivieren, Pläne zu festigen, Ihre Beziehung zu vertiefen und Ihre Träume zu verwirklichen. Möglicherweise müssen Sie jedoch die Vor- und Nachteile jedes Vorhabens abwägen, bevor Sie sich darauf einlassen, da der Mond im Laufe des heutigen Tages im Quadrat zu Merkur in der Waage steht. Das Quadrat unterstreicht, wie wichtig es ist, Pläne zu schmieden, um Chancen wahrzunehmen, die Ihren finanziellen Zielen und Ihrem Wertesystem entsprechen. Merkur wird dieses Jahr nur 17 Tage in Ihrem Einkommensbereich verbringen, aber an seinem ersten vollen Tag hier hat er bereits einen Vorsprung. Merkur ist mit dem klugen Kopf für das Geld zurückgekehrt, das man braucht, um sich auf das Spiel einzulassen und schnell denken zu können, aber er wird auch hier sein, wenn es darauf ankommt. Angesichts der Dynamik und des Potenzials für einen Durchbruch, die sich bereits aufbauen, könnte die Rückkehr von Merkur zu keinem besseren Zeitpunkt erfolgen. Sie gehören nicht zu den Menschen, die Hindernisse zum Anlass nehmen, nachzugeben oder aufzugeben. Aber es ist wichtig zu erkennen, wann Sie mit starkem Druck zu kämpfen haben, damit Sie sich bei Bedarf ein wenig liebevolle Zuwendung gönnen können. Bis zu einem gewissen Grad genießt man Druck, aber er kann uns alle belasten, und wir müssen unsere Kreativität einsetzen, um diesen Glanz wieder in unser tägliches Leben zu bringen, wenn er nachgelassen hat. Gönnen Sie sich eine Massage als besondere Wohltat. Es erwarten Sie verstärkte Emotionen. Die heutigen Schwingungen versprechen eine günstige Lage, damit die Dinge in Bezug auf Ihre Projekte oder vielleicht die Verwirklichung einer Affäre so laufen, wie Sie es sich wünschen. Sie haben die Kontrolle über Ihr berufliches Universum und wissen, wie Sie einflussreiche Menschen auf Ihre Seite ziehen, die Ihnen dabei helfen, Ihr Ziel zu erreichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie heute auf Wolke 7 schweben, also nutzen Sie es. Über zwei Monate nach der Rückkehr zu einem normalerweise 14- bis 15-tägigen Besuch bei Jungfrau Merkur verlässt der Planet der Kommunikation und ihr herrschender Planet heute endlich das Land. Merkur hilft Ihnen nicht nur dabei, die Kommunikationswege zu öffnen, sondern gibt Ihnen auch die Möglichkeit, den Kopf im Spiel zu behalten und auf den Beinen zu denken. Da jedoch Ihr Geburtstagsmonat vorbei ist und Merkur nun nicht mehr da ist, sollte dies eine Zeit sein, die losen Enden Ihres Spielplans und Ihrer Vorsätze für das kommende Jahr zu klären. Stattdessen wird Merkur, während er weiter zieht, die Tür für Venus offen lassen, die in vier Tagen endlich zur Jungfrau zurückkehren wird, um Ihrem Herzen eine Stimme zu geben. Täglicher Planetenüberblick Der himmlische Tanz der Planeten am Himmel bringt eine Verschiebung der kosmischen Energien mit sich, wenn wir vom September in den Oktober übergehen. Merkur, der Planet der Kommunikation und der Intelligenz, steht in diesem Planetenüberblick im Mittelpunkt und läutet bei allen Tierkreiszeichen ein Gefühl der Veränderung und Erneuerung ein. Anfang Oktober befindet sich Merkur im diplomatischen und harmonischen Zeichen der Waage. Diese Platzierung ermutigt uns, im Umgang mit anderen ein Gleichgewicht zu suchen. Merkur in der Waage bevorzugt höfliche und rücksichtsvolle Kommunikation. Es kommt jedoch zu einer kleinen Enttäuschung, als es mit dem rückläufigen Saturn in den Fischen kollidiert. Dieser Aspekt deutet auf eine Zurückhaltung gegenüber langen, ausführlichen Gesprächen hin. Stattdessen tendieren wir möglicherweise eher zu lockerem und oberflächlichem Austausch und vermeiden emotionale Komplexität. Saturn bringt in seiner rückläufigen Bewegung durch die Fische Selbstbeobachtung und einen Fokus auf unsere Träume und unsere innere Welt. Obwohl dies im Widerspruch zu Merkur in der geselligen Natur der Waage zu stehen scheint, lädt es uns dazu ein, über die tieferen Aspekte unserer Beziehungen und Verpflichtungen nachzudenken. Mars, der Planet des Handelns und Antriebes, befindet sich in dieser Zeit ebenfalls in der Waage. Allerdings stellt seine Verbindung mit dem retrograden Neptun im Sternbild Fische eine Herausforderung dar. Dieser Aspekt kann zu Unentschlossenheit führen und es schwierig machen, proaktive Maßnahmen zu ergreifen. Möglicherweise fühlen wir uns in bestimmten Situationen festgefahren und zögern, wichtige Entscheidungen zu treffen. Neptuns rückläufige Reise im Sternzeichen Fische steigert unsere Intuition und Sensibilität. Es ermutigt uns, unseren Instinkten zu vertrauen, auch wenn das bedeutet, dass wir uns in unsicheren Gewässern bewegen müssen. Diese rückläufige Phase kann verborgene Emotionen und spirituelle Einsichten an die Oberfläche bringen. Himmel für heute Dieser himmlische Reisende, der oft als Bote des Kosmos angesehen wird, spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unserer Erfahrungen im Oktober. Merkurs Reise durch den Tierkreis trägt eine Botschaft der Transformation und Anpassung in sich und beeinflusst unser Leben auf tiefgreifende Weise. Sie leben von geistiger Stimulation und Abwechslung und die kosmischen Winde des Oktobers versprechen, ein neues und aufregendes Kapitel einzuleuten. Die Stagnation, die möglicherweise bis September andauerte, löst sich nun auf und macht Platz für eine Phase der Revitalisierung und Metamorphose. Die in dieser himmlischen Choreografie eingebettete Botschaft ist unverkennbar, Veränderung liegt in der Luft. Diese Konvergenz der Energien eröffnet neue Möglichkeiten für Selbstdarstellung, Innovation und kreative Bemühungen. Ganz gleich, ob sie Künstler, Schriftsteller oder einfach nur jemand sind, der mehr Kreativität in ihr Leben bringen möchte, die Anwesenheit von Merkur kann hier ein Leitstern sein. Da es sich auf alltägliche Pflichten, Routinen und Gewohnheiten auswirkt, bietet Merkure innovative Ideen, um aus der Monotonie auszubrechen, die sich möglicherweise in romantischen oder Beziehungsdynamiken eingenistet hat. Wenn Sie in Herzensangelegenheiten einen Stillstand oder ein Gefühl mechanischer Routine gespürt haben, bringt der Einfluss von Merkur das Versprechen von Veränderung und Verjüngung mit sich. Es ermutigt uns, neue Strategien zu erforschen, um Stress abzubauen und das Wohlbefinden zu steigern. Während wir diesen kosmischen Übergang meistern, sind wir eingeladen, unsere Intuition und unser Vertrauen in die sich verändernden Energien anzunehmen. Das empfindliche Gleichgewicht zwischen unbeschwerten Interaktionen und innerer Einkehr wird zum Leitprinzip. Die kosmischen Gezeiten treiben uns ins Unbekannte voran und obwohl der Weg ungewiss sein mag, ist er auch voller aufregender Möglichkeiten für Wachstum und Erneuerung. Mit Merkur als Vorreiter werden wir ermutigt, zu kommunizieren, Innovationen voranzutäuben und unser Leben zu verändern, sowohl in Herzensangelegenheiten als auch darüber hinaus.